Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben in den letzten Tagen ja fleißig gestreamt für Selve, für Tobutz, für Vespret jetzt nicht unbedingt, weil ihr den ja so bekommen könnt aber wir haben in den letzten Tagen so viel gestreamt, dass ich gar keine Zeit hatte mich um andere Dinge zu kümmern, beziehungsweise zu gucken, was passiert denn noch außerhalb dieser drei legendären Raid Pokémon Jetzt habe ich alles verpasst, möchte das aber jetzt natürlich nachholen Leute haben schon gefragt, boah, was sagst du denn zu den Teasern und ich, was für Teaser, was, wo Ich habe alles verpasst, aber es gibt wohl drei Teaser für den neuen Carlos Raid Boss Carlos? Carlos? Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos, ne? Wer kennt den Witz, schreibt es mal in die Kommentare Generation 6 steht in den Startlöchern, das Go Beyond Event steht in den Startlöchern und das wird wohl auch was Wichtiges sein, was auf uns zukommt, jetzt Anfang Dezember vielleicht schon heute Abend, vielleicht morgen früh, vielleicht im Laufe der Woche man weiß es nicht, aber um was geht es denn überhaupt? Carlos Region Carlos ist die Region der sechsten Generation der Pokémon Hauptreihe und mit dem großen Go Beyond Update werden die ersten Pokémon dieser Generation in Pokémon Go eingeführt Es wird ein geheimnisvoller Raid Boss angekündigt, ein rätselhaftes Ei ist zu sehen über Twitter hat Nayendik nun den ersten Teaser zum neuen rätselhaften Raid Boss gepostet Oh, was ist das? We've just received the message! Stay tuned as we investigate! Hashtag Pokémon Go! Der Trailer zeigt ein Raid-Eye der Stufe 1 Muss ja auf jeden Fall heftig sein Mit einer Restzeit von 6 Stunden Zum Zeitpunkt des Tweets um 18 Uhr deutscher Zeit Das ist also schon auf und man hat 6 Stunden Zeit, das zu raiden Versteckte Hinweise Wollen wir uns das erstmal angucken oder nicht? Wir drücken erstmal kurz hier drauf So Okay, das startet danach automatisch gleich neu Ihr könnt euch das also in einer Endlosschleife angucken Theoretisch könntet ihr eine 10 Stunden Version draus machen Wer das braucht Und Im Video ist der Hinweis live eingeblendet Welcher natürlich nicht stimmt Aber wir gehen davon aus, dass das Ei um 0 Uhr deutscher Zeit schlüpft Und wir dann den neuen Raid Boss erfahren Versteckte Hinweise Zu Beginn des Videos ist für den Bruchteil einer Sekunde ein Bild zu sehen Was dem Hintergrund der Psycho-Pokémon entspricht Ist mir gar nicht aufgefallen Zu Beginn des Videos Zeige mal So, ich hab's schon wieder verpasst Siehste Oh Ach so, da eben bei diesem Mann, die sind ja fix mit den Augen Als das so übergeschwappt ist Deswegen hier Zack Dies könnte zwar eine bewusste Irreführung von der Yentix sein Doch aktuell gehen wir davon aus Dass es sich möglicherweise um ein Pokémon vom Typ Psycho handelt Ja Psycho-Pokémon In der Datamine der Pokémon Go App wurden diverse Grafiken der neuen Pokémon bereits entdeckt Darunter insgesamt vier Pokémon Ja, guckt mal hier Da war der Adi vorhin wieder zu Gange Wolverine Erstmal schön Zack So muss das aussehen Wenn ihr mit der Katze Äh Psyau 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 Gon F M Und Uaf Nier Da Psyau und die Entwicklung Psyau Gon die einzigen Pokémon vom Typ Psycho sind Die in der Datamine entdeckt wurden Rechnen wir mit Psyau als Raid Boss Als das jemand im Stream gesagt hat Psyau Habe ich direkt danach gegoogelt Fand das voll süß Sieht man ja auch hier Guckt mal Diese wuschelige Frisur Dieser leere Blick Der kleine Mund Die kleine graue Maus Fazit Ob es sich beim neuen Raid Boss tatsächlich um Psyau handelt Oder Ja Bleibt auf jeden Fall abzuwarten Das gab aber natürlich dann direkt den Zweiten Teaser Also gehen wir hier hin Erster Teaser Kennen wir Zweiter Teaser Auch in diesem Teaser ist erneut ein Raid Eye zu sehen Doch auf diesem Eye ist nun ein Countdown von 44 Stunden zu sehen Ihr wisst also schon 44 Stunden vorher Dass ihr um die Zeit wo das Schlüpft keine Zeit habt Und seid schon 44 Stunden lang vorher deprimiert Wir gucken aber auch hier kurz rein Boah hat sich auf jeden Fall mega gelohnt Ausgehend von der Zeit des Tweets schlüpft das neue Raid Eye am Montag 30. November um 20 Uhr deutscher Zeit Digga Das ist ja heute Vor allem heute 20 Uhr kommt wieder Chill mit Ramses Livestream Das heißt Niantic und Ramses kooperieren mittlerweile zusammen Und direkt 20 Uhr wenn der Livestream startet Schlüpft der neue Raid Boss Das ist doch richtig heftig oder Wenn das so ist Dann müsste ich ja auf Chill mit Ramses verzichten Und einfach nur ein Eischlüpf Video Machen Wo wir zusammen gucken Vor allem wo schlüpft das denn überall Irgendwo Dort auf dem Berg Naja mal Mal weiter gucken Bereits im ersten Video war der Hintergrund eines Psycho Pokemon zu sehen Und auch in diesem zweiten Teaser sind Hinweise versteckt Guck mal hinten im Wald Hier ist an zwei Stellen im Video eindeutig das Symbol des Typs Psycho zu sehen Was unsere ursprüngliche Theorie bestätigt Dass es sich um ein Psycho Pokemon handelt Oder irreführend Zum zweiten Mal Wer weiß das schon Fazit Lassen wir mal weg Denn wir gehen direkt zum dritten Teaser Ihr wisst aller guten Dinge sind drei Dritter Teaser bestätigt Psiau Bisherige Teaser Bla 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 Jetzt dritter Teaser Der dritte Teaser auf Twitter zeigt nun erneut das Raid Ei Mit dem entsprechenden Countdown Dieser entspricht nach wie vor der korrekten Zeit Sodass das Ei am Montag um 20 Uhr deutscher Zeit schlüpft Bei uns Im Video Auf Twitter Wat? Achso Erstmal Video gucken Ja das ist nämlich hier Zack Ja eindeutig Psiau Wer jetzt nicht Psiau Daraus gelesen hat Der hat keine Ahnung Neu zu sehen ist im Video Ein Flugzeug mit einem Banner Auf dem die Zahl 677 steht Was unsere bisherige Vermutung eindeutig bestätigt 677 Und 677 Ist wohl die Pokédex Nummer von Psiau Kann aber auch nur Zufall sein Hey Nein keine Ahnung Psiau hat die Pokédex Nummer 677 Und hat den Typ Psycho Wir können nun also sicher davon ausgehen Dass es sich beim rätselhaften Ei Nicht um ein mysteriöses Pokémon handelt Sondern um ein reguläres Pokémon Und schon schalten alle ab Und sind frustriert Psiau selbst ist in unseren Augen Aktuell kein relevantes Pokémon Wir schließen jedoch nicht aus Dass nur Yendik eine Art Event plan Um den Spielern ein etwas besonderes Erlebnis zu bieten Ja selbst wenn das Psiau ist Hey Neues Pokémon Neuer Pokédex Eintrag Mehrere Psiäue fangen Psiau entwickeln Ist doch heftig Ist doch cool Gebt euch bös Also Was sagt ihr dazu Freut ihr euch auf Psiau Wenn das Psiau ist Und was denkt ihr vor allem Was hat das nun mit heute Abend 20 Uhr auf sich Spawn dann plötzlich An jeder Arena 20 Uhr deutscher Zeit Ein Ei Was Also nicht Spawn ein Ei Aber es geht an jeder Arena Ein Psiau auf Sodass dann alle durchdrehen Und rausgehen Und Sich Psiau gönnen Oder wird dann nur einfach das Auf Twitter Gezeigt Dass dann ein offenes Psiau zu sehen ist Und eine Ankündigung Dass vielleicht Irgendwann die Woche ein Event losgeht Oder dass zum GoBeyond Event Dazu kommt Oder Ja weiß ich nicht Was ist eure Meinung dazu Sicherlich Es geht um Psiau Was sagt ihr zu Psiau Findet er süß Findet er doof Schreibt es mal rein Und vor allem Was denkt ihr Wird heute Abend direkt was passieren Im Spiel Wo man direkt was machen kann Oder Wird es heute Abend einfach nur Die Ankündigung geben Mit direkten Infos Ich glaube eigentlich Eher das Zweite Aber wer weiß Sonst müssen wir den Stream Heute Abend dann versetzen Und müssen was anderes machen Das war es jetzt erstmal Ich bereite gleich noch Ein paar andere Sachen vor Das lade ich hier erstmal hoch Hau das raus Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Heute großer Info Nachholtag Bis dahin Peace out Vorhaut euer Ramses